Hey, heute möchte ich euch mal zeigen wie ihr euer Minecraft downgraden könnt und also wo ihr das downloaden könnt und wie ihr es installiert Der Link zu dieser Seite hier befindet sich in der Videobeschreibung, also unserer Seite Dort angelangt klickt ihr einfach auf Downloads Dann auf Minecraft Und hier findet ihr eine kleine Datenbank mit 18 Dateien, also der Minecraft Jar die ihr dann einfach ersetzen müsst Ich zeige euch das mal am Beispiel von der Minecraft 1.0 Die müsst ihr einfach downloaden Das ist getan Hoppala, das ist ein anderer Ordner Ja, jetzt habe ich die mittlerweile schon zweimal runtergeladen Das einzigste was ihr da machen müsst ist in euer .minecraft im Ordner bin die aktuelle Minecraft Jar einfach rauslöschen oder sichern, je nachdem was ihr wollt die gedownloadte einfügen und den Titel dahinter einfach löschen, dass es einfach Minecraft heißt Bei Windows XP könnte es trotzdem noch Minecraft Jar heißen, denn der Dateityp ist Jar Und nur um euch zu zeigen, dass es auch funktioniert starte ich bei mir gerade noch Minecraft Es kann natürlich auch vorkommen, dass er nach einem Update fragt, aber das dürft ihr dann natürlich nicht machen Also das ist jetzt Minecraft 1.0.4, wenn ich mich nicht ganz irre, hier habe ich schon mal Spaß in der Welt gemacht Und wie gesagt, die Datenbank wird doch immer so aktuell wie möglich gehalten Und ja, es funktioniert Ach, da kommen doch Erinnerungen hoch, oder? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss Tschüss